So, vier Tage haben wir noch, wie lange dauert denn ein Weizen? Jetzt können wir den mal anpflanzen können. Schauen wir mal. Ja, der ist eh schon fertig. Können wir uns da was zum Essen machen? So, und... Und dann Brokkoli. Was zum Essen machen können wir uns selber überhaupt noch nicht viel. Das haben wir nicht vorgehabt, oder? Ja. Ausgießen. Jetzt schau ich dann, wie viel das wir mit den Weizen, mit ein Brötchen das wir zusammenbringen. So, da. So, schauen wir mal. Nein, nichts geblieben, oder? Wie viel Weizen haben wir noch? Ah, 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 ah. Wo ist gar keiner drinnen? Wo ist gar keiner drinnen? Das haben wir gar keinen gefunden. So, kommen wir mal oben da oben. So, schauen wir mal drinnen. Der dauert vier Tage. Ah, das heißt... Der dauert drei Tage. Drei Tage, wo haben wir? Vier Tage. Na ja, können wir ja die Karoten auffflanzen, oder? Wir haben nicht mehr viele Tage, können wir nur Karoten auffflanzen. So, Rüben, nein, Karoten, habe ich gesagt, gell? So, da. 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 Dann will ich verkaufen. So, da. So, und ganze Karotten. Die gingen, glaube ich, nach dem Kalender noch aus. Ohne dass was kapiert wird. So, und so. Da da hinten haben wir auch Karotten. Da kann ich noch pflanzen. Da habe ich gerade eine. Dann haben wir. Rüben. Cool. Der dauert nicht zu lang, gell? Vier Tage, glaube ich. Aha, aha, aha. So, da haben wir jetzt. Drei Tage. Drei Tage. Da können wir noch eine tun. Vier Tage. So, jetzt muss ich aber noch mal auf den Kalender schauen. Ah. So, da sind wir jetzt da oben. Zwei. Und zwei. Da haben wir 24. Das heißt, wenn das heute aussieht, müsste das bis Sonntag fertig sein. So, schauen wir mal. Weizen. Aber jetzt machen wir natürlich gießen, gell? So, da haben wir Zwiebeln. Pizza. Du musst gleich gießen. So, da haben wir jetzt nichts mehr. Das ist schon fertig. Okay. Eventuell morgen fertig. So. 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 Das ist aber kein Wasser. Ohne Wasser geht mir nicht. Das ist natürlich nichts. So. Jetzt geht's raus. Und machen wir uns. Und machen wir uns. Kommi da. So. So. Da haben wir. Dafür bringen wir uns zwei? Ah, nur zwei. Das heißt, wir brauchen Pro. Ja. Sonst kann man gar nichts machen. Hat nur fünf. Wo haben wir? So. Ein Seller. So. Ein Sellerie. Musik Musik Ein Topf und Koffeln. Da haben wir auch nichts mehr. Ruhensalat? Ein Koffssalat. Okay, ich hoffe, den kriegen wir dann. Ah, wir schließen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Jetzt laufe ich ins Lokal und schaue, ob ich mir dort unten was zum Essen kaufen kann. Ah. So, schauen wir mal, was wir sich da kaufen können, wenn wir in die Höhle gehen. So, schauen wir mal. Willkommen, was kann ich für dich tun? Was kann man verkaufen? So, okay. Das ist eine Zwiebel. Das ist ein paar Karotten. Was ist das da? Ein Spinnat. Ein bisschen was kalt man sich schon selber auch. So, gehen wir zurück. Jetzt darf man kaufen. Und zwar kostet die 300. Okay, der hat mal zwei. Den nehmen wir mal mit. So, was ist das da? Deine super köstliche Gemüse. Hat halt auch nur der Eindruck. Oder haben wir halt... Okay. So, danke schön. Komm jederzeit zurück. So, da hätten wir hinten. Hätten wir dann ein paar Blüte. So, da. So, wach auf. So, wenn wir jetzt ein bisschen Material zu Hause lassen. Das kann ich mir dann immer noch nehmen. Ah, die sind auch fertig. Schau. Und das ist einer davon. So, da haben wir ein bisschen Material einig. Und zwar haben wir... Und natürlich. Wenn wir mal alle wegfliegen. Alle wegwerfen. Na, wegfliegen. Da haben wir auch keine verlinkt. Ohne. Steine habe ich eh schon so viel. So. Macht mal bitte zu. Wo drüben haben wir dann. Da. Da werden wir weglegen. Da haben wir ein Spinat. Da haben wir auch weglegen. Tomaten werden wir auch keine verwenden. Die da haben wir auch weglegen. Da haben wir noch eine Zwiebel. Die da haben wir auch weg. So, und alles andere? Koi, das ist ja. Koi, das ist ja. Dann haben wir da noch ein Paket. Muss man da nicht recken. Koi, da hinten hätten wir noch ein paar Pilze. So, ich will in die Höhle, genau, schauen wir mal, am Tatooie jetzt aber schon, woher? Okay, schauen wir mal eine, so, 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 die Steine haben wir schon genug, die hat man gar nicht mehr. So, also da hört sie schon, jetzt kommen wir da her. Ich brauche halt die Leiter, gell, dass sie in die nächste Ebene gehammert. Rohglas? Okay. Was hält man da? So, jetzt muss ich mal einen Armtest hinstellen, dass man da was sieht auch. So, jetzt muss ich mal einen Armtest hinstellen, dass man da was sieht. So, jetzt muss ich mal ein Armtest hinstellen, dass man da was sieht. So, ich mache einen Armtest, dass man da was sieht. So, jetzt kann man da was sehen. Und dann ist er wirklich ein Armtest. So, jetzt muss ich da zurück, schauen wir mal, genau da wischst du Hundling, da, so da ist man mal Apfel, da gibt der auch nicht mehr, gell, da, okay, und zugemacht, so den tun wir weiter zu trümmern, na tu weiter, denn wir brauchen halt noch ein besseres Werkzeug Egal, wenn ich 20 mal zuschlagen müssen, so, nicht weggekommen, so, was ist denn das da hat man halt auch noch keine, so, was kommt die da jetzt, das hat nur zwei, gell, okay, siehst du, hat einen halben Punkt, so, den essen wir jetzt auch noch, so, da, ich brauche halt die Latte, sonst bringt mir das alles nichts, jetzt wird die nächste Ebene oben kommen, jetzt auch da, seid scheiße, seid scheiße, seid scheiße, seid scheiße, seid scheiße, hashtags, hier sonst hin gonna, jetzt mal rein, deswegen, weil die T seguinte sind, 89.99 Tesla bis 28.90 Tesla übernimmt, aber viele tatsche und die Tlinge nehmen, aber einen kommenden Sie nochкольner, Augment 이런 und originate nach dem hat man ja bei Buckutes, rennen Sie sich noch einmal leo blackshofer, müssen Sie das übernimmt, denn dann besser ich da совсем oder hacemos das Court., mit dem wir immer recommandeln, sie sind die schönsten, damit dann können Sie sich aber auch noch sehen, wenn Sie sich wieder zurückkommen, hier benimmt dann alles zu Hause mit ihm sind, meine nee, mit meinem Käfer und Da muss ich vielleicht revolutionary, die vielme, jetzt kommende holy Genau, wie du dich erwischt. So, da haben wir mal. Wo ist sie? Wenn das hier drinnen und das so weitergeht, komme ich zu meinen eigenen Händen eigentlich nicht, oder? Also da mal nicht durch. Da. So, jetzt bleibe ich da. Ja, mit den Drehen da, gell? Das sollte man sich halt dann auch auskennen. Das gibt es ja nicht, dass ich die nächste Palate nicht finde. Und dabei zeigt es, dass da ist er schon an. Na, schau. So wird da eh schon alles umgekommen. Das gibt es hier fast nicht, oder? Da zurück. Okay, Eisenerz, das bringt mir nichts. Das brauchen wir ja nicht. Okay, da tragen wir sie wieder. Ah, jetzt. Eine Etage tiefer. Bleiben die nicht offen? Da bin ich so weiter dann. Dann kommen wir zwei zu nix mehr hin. So, schauen wir mal. Okay. Und, 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 da. Äh, haben wir da sonst irgendwas? Da hätten wir auch was, schau. Oh, Klasse. Okay. Okay. Und die Lächel, da muss man sich immer wieder aufs Neige suchen. Das kann nicht sein. Bleibt das nicht offen. Andere Etage 3? So. Schauen wir mal. Was ist das denn da? Viele Steine, gell? So. Schauen wir mal. Sie sind. Ah, schau. Nein, ich will nicht graben, ich möchte hier runter. Genau. So, schauen wir mal durch. So, was haben wir da? Zeit rum an. So, weiter. So, okay. Da hinten. So, wieder haben wir noch ein Herzl. Wenn man das immer so weiter geht. So. Jetzt müssen wir die Dora mal eins. Jetzt müssen wir die Öpfe fertig. Okay, da muss man es dabei. So, jetzt dreimal, das ist ja mal. So, schauen wir mal. Äh, da. Genau, hat er erwischt. Genau, beim Weg aus Sirenen. Ich bin schon wieder total müde. Ach Gott. So, jetzt drehe ich mich um. Da müssen wir das da irgendwo sein, oder? Okay, so, schauen wir mal nach drüben. Was ist da? Okay, da. So, jetzt kommt er so viel oben runter. So, da. So, da hätten wir ein bisschen, ein bisschen mehr beieinander, oder? Das drüben, oder? Da, da. Okay, Tom. Okay, Tom. So. Das gibt's ja nicht. Ich will aber in die nächste Etage. Was haben wir da überhaupt für eine? Ah ja, gell. Nein, das bringt alles nichts. So, jetzt esse ich einmal das da. Dann kann ich das eigentlich auch gleich wegessen, oder? Bringt ich nichts. So. Mehr haben wir eh nicht mehr mit. Was schaut's da hinten aus? Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Jetzt haben wir schon wieder in den nächsten Tag reingefallen. Ja. So, dass wir das nicht finden, das kannst du nicht sein. Verstehe ich nicht. So, da hintere ist eigentlich gar nichts mehr, oder? Ist da noch irgendwas zu finden, da hinten? Nein. So, da hinten ist ja nicht mehr. Ich habe zum Essen auch nichts mehr, das heißt, das können wir schon wieder einmal abschließen und schauen, ob wir draußen schnell ein Pilz oder was finden. Ah, da oben hat es eh welche, schau, dass wir das essen können. So, da ist sonst nichts, da drüben. So, was ist er? Ist mir da beim Heimkaschen umfallen? Aber wenn das so weitergeht, komme ich zu meinem Stahl nie. So, uh? So. So.